Danke. Sie müssen mir nicht danken. Doch, das muss ich. Der Joker hat gewonnen. Havis Staatsanwaltschaft, alles, wofür er gekämpft hat. Alles zu Ende. Wie groß die Chance auch war, unsere Stadt zu retten. Sie stirbt mit Havis guten Beruf. Wir hatten alles auf ihn gesetzt. Der Joker hat den Besten von uns in den Abgrund gerissen. Die Menschen werden die Hoffnung verlieren. Das werden sie nicht. Sie dürfen nie erfahren, was er getan hat. Fünf Tote? Zwei von ihnen sind Polizisten. Das kann man nicht. Nein. Aber der Joker darf nicht gewinnen. Gotham braucht seinen wahren Helden. Nein. Man stirbt als Held oder lebt so lange, bis man selbst der Böse wird. Ich kann es gewesen sein. Weil ich kein Held bin. So wie Dent. Ich habe diese Morde begangen. Das ist es, was ich sagen kann. Nein, nein. Das dürfen sie nicht. Das sind sie nicht. Ich bin, was immer für Gotham nötig ist. Sagen sie es ihnen Leuten. Ein Held. Nicht der Held, den wir verdient haben, aber der, den wir brauchen. Nicht weniger als ein Ritter. Ein Strahlender. Man wird sie jagen. Sie werden mich jagen. Mich verurteilen. Die Hunde auf mich hetzen. Weil es das ist, was nötig ist. Weil die Wahrheit manchmal nicht gut genug ist. Manchmal verdienen die Menschen mehr. Manchmal verdienen die Menschen, dass ihr Vertrauen belohnt wird. Weg weg! Weg weg! Warum läuft er weg, Dad? Weil wir ihn jetzt jagen müssen. Okay, wir gehen rein! Los, los, Bewegung! Er hat doch nichts Falsches getan. Weil er der Held ist, den Gotham verdient. Aber nicht der, den es gerade braucht. Also jagen wir ihn. Weil er es ertragen kann. Denn er ist kein Held. Er ist ein stiller Wächter. Ein wachsamer Beschützer. Ein dunkler Ritter.